Die Sicherheitsabstandwarnung ist eine Funktion, die den Fahrer auf den Zeitabstand zwischen dem eigenen und dem vorausfahrenden Fahrzeug aufmerksam macht und zur Einhaltung des Sicherheitsabstands anhält. Diese Funktion steht bei eingeschalteter adaptiver Geschwindigkeitsregelung nicht zur Verfügung, da dann diese Aufgabe vom Tempomaten übernommen wird. Das System wird über das Multifunktionsdisplay aktiviert. Untertitelung des ZDF, 2020